So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Digimaur! So, im letzten Part habe ich ja jede Menge Superabwehrs gekauft und jetzt geht es noch mal zurück mit den mittleren Haldisks und in der Hoffnung, dass ich möglichst bald ein neues Digimon bekomme. Und da mein momentanes Digimon einfach nur... Mäh! Das ist kacke! Also, es ist wirklich schwach und ja... schwache Digimon sind in der Regel nicht gerade von Vorteil. Man, oh Varkoman, verzieh dich! Ich lege hier lieber mal ein paar Haldisks zur Seite. So, ich gebe mir jetzt noch mal ein paar drauf, ne? So, leg dich denn auch noch mal da rein? Und hier gucke ich auch noch mal. Ne, wirklich nix neues. Tja, denn... So, ich füll den jetzt bis zum Maximum. So, ich füll den P-Disks habe ich ja genügend. Ja... Hm, hier soll es anscheinend weitergehen. Das ist so seltsam. Ich dachte, das wäre schon frei. Ich habe auf dich gewartet, eigentlich ist es soweit. Ach so, ja okay. Okay... Denn... Denn... Ist es frei. Ich gucke jetzt noch mal die Techniken. Hm, ne... Das... Oder nicht. Okay... Ich hätte echt wenige Tacken, die sind schon wunderbar. Na ja... Na ja... So... Jetzt geht es noch mal zur Sache. Oh, hier oben rechts ist ja... ... frei. Nee, jetzt rennen sie auch nur in die Richtung. Nein! Bleib weg da! Nein! Nicht dein Ernst! Wehe! Nee, das kommt da nicht mehr raus. Hey Leute, ich glaube das ist wieder verrecken. Das kann ja nicht sein. Das kommt da nicht mehr raus. Das kann echt nicht sein. Oh, sorry. Aber, allen Ernst, das kann nicht sein. Es ist scheiße. Es ist übelst scheiße. Es hängt da dann in diesem... Kack-Ding da. Und... Es geht mir einfach auf den Sack und jetzt sind die ganzen... Nein, der ist weg! AAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!! Okay. Ach klar. Dann geh ich mir im neue Kopf. Bitch. Нач Guard. Ach klar. Hm... Oh. Okay. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es sich freut hier zu sein oder nicht. Ich glaube immer nein. Ich lass es mal einen Haufen machen, wenn es so weit kommt. Mensch, wie kann ein Digimon unnötiger Haufen, der schwach ist? Wie kann ich hier nichts machen? Ich dachte manchmal, man wäre mega stark, aber das habe ich dann einfach nur irgendwie falsch in Erinnerung von früher. Ah, hoppana. Das ist jetzt wieder der langweilige Detail. Aber dank der Beschleunigung dürfte das deutlich schneller gehen. Im normalen Spiel wäre ich hier jetzt noch nicht einmal bis auf... Wollen wir mal eben schauen... Hätte ich noch lange nicht 23 Stück zusammen... Ich glaube, ich schreibe mir demnächst mal auf, was ich hier von denen bekommen kann. Ich meine, ihn hier muss ich sofort machen, weil dann kommt er nicht in die Stadt. Und dann mache ich die anderen beiden. Ja, super. Der hier freut sich auch noch ungemein darüber. Oh, und ich habe etwas gravierendes vergessen. Den Autopiloten. Schöne Scheiße. So, hier geht wirklich schief, was schief gehen kann. Und... Und... Ja, das ist auch nicht gerade das. Wahrer. So, jetzt mal hier schauen. Äh... Ne, falsch. Die Hälfte habe ich schon mal. Klasse. Boah, das ist ja richtig langweilig, ey. Ich überlege, ob ich mir sowas nicht hier einfach rausschneide. Aber es sind hier nur so 3-4 Minuten oder so. Ja... Sollte man schnell mal durchkommen. stehenre passt einfach mal durchkommen. Das ist das wie Ihre Waffe. Es werden Deflöte, sich in Kanzler tym Islam war ett Mal an, neben dem Werbe effectively müssen. Hm. So wie viele sind es? Zehn Stück. Das sollte ich schaffen. Gebe ich nur mal ordentlich Gas hier. Ordentlich Stopp geben! Ja! Und dann hoffe ich, dass ich nicht noch irgendwelchen Posten hier in die Hände falle, die mir noch unbekannt sind, die dann trotzdem aufgetaucht sind. Ja, das war mega kacke. Weil Hildisks ist fehl am Platz gerade. Und ich kann nur hoffen, dass ich wirklich nicht irgendwelchen Viechern in die Hände falle. Oh, ein Digi-Pilz! Seht ihr? Das ist wirklich mega kacke. Und wenn ich Pech habe, geht die ganze Superabwehr verloren, wenn ich verlieren sollte. Nein! Nein! Was ist denn für ein Mist? Nein! Ich hab das Leben verloren! Nein! Ja, mecker nur! Ey! Nein! Ich komm nicht mal mehr an den Argumon hier vorbei. Ja! Ich steh brainer auf gar da. Ich überleg gerade auch einfach hier stehen zu bleiben und zu warten, bis es fällt weg. Ich mein, schwer kann es ja nicht sein, aber... So, ich mach jetzt mal auf ganz normal hier. Ich weiß auch nicht, wie sonst immer vorbeigekommen bin an denen. Man, das war ja echt nicht so schwer. Das schält sich aber immer so ungeschickt an, wenn man kostbare Ware dabei hat. Seht ihr? Das ist ja die Höhe. Das ist wirklich die Höhe! Das kann ja auch nicht sein! Nein! Ich mein, der ist total brainer auf gar! Guckt mal! Hm... Nee, doch nicht! Ich dachte, da wär so ein Digi-Pilz. Maja... Da ist ein Digi-Pilz. Was ich jetzt meins... Neuuuun! Ich will nicht! Obwohl, kaum gegen den... Es könnte noch was werden. Wenn nicht, dann hab ich die Arschkarte gezogen. Schade, der hat keinen neuen Attacken gelernt. Das ist richtig schade. Das fährt ja nicht einfach vorbei laufen können. Naja, vielleicht lernt es ja nochmal was. Ich glaub eher nicht, es ist noch was zu lernen. Es wird eher sterben hier. Lieber nicht. Lieber kein Risiko eingehen. Woh... Es muss schon wieder auf Klo. Hä? Das hat's aber viel zu spät erst angekündigt. Also... Ich denk mal, sogar so'n Suchamon ist jetzt besser als das hier. Suchamon gibt wenigstens ordentlich Stoff. Nee, du wirst jetzt auch nicht bennen. Nee. Na na. Wir gehen jetzt angeln. Ich bin sicher. Ich geh angeln. Ich bin sicher. Nee, ich kaufe Karten und geh die dann tauschen. So, jetzt kaufe ich hier den ganzen Stack. Mit leider Heil Disks. Wie gesagt. So. Jetzt nochmal hier rein und dann die mittleren Hildesks hier. Cool, ich mach's einfach so und dann nehm ich mir welche raus. Ist doch viel einfacher. So, mal schauen, die können da raus. Und bevor ich das jetzt noch vergesse... Das ist hier definitiv mein schlecht trainiertes Demon ever sein. Hier vorne kaufe ich auch noch ein paar. Und hier vorne auch. Wenn du dann zufrieden bist, lass ich dich pennen. Hier. So. So. Das Demon ist ja so brain-offk. Das ist total nützlos. Ähm, ne Moment. Jetzt hat's ja zum Glück wieder volles Leben. Zahnrad-Steppe. Ich hoffe, die sind da. So. Oh nein. Nein, nein, nein. Definitiv nicht. Aber... Super. Ich hab's ja einige hier. Das ist geil. Ich glaub wir sind da aber dann eher in der Nacht hier. Ich hab halt noch kein einziges Digimon gehabt, das nachts da war. Naja. Stimmt. Das hier ist auch offen. Ich hab da jetzt schon alle Digimon aus der Fabrikstätte raus. Was? Ehm, Moment. Ich guck mal was anderes. Ne, die Karte hab ich jetzt nicht. Das wär' ich auch noch geil gewesen. Ich hab mit der Flamme auf die Flamme umلم gemacht. Huh? FAUM! Nein! Oh, es kommt schon, bleib an! Mensch, das macht hier überhaupt nicht, was ich will! Den verziehe ich mich! Das ist das Team und das kann meinetwegen sogar verhungern! Okay, okay! Oh man! Dann kann man was auch nicht sehen! Schade, ich dachte ich könnte die Karte von dem selber irgendeinen von denen hier erst mal verkaufen! Ja, cool! So, jetzt mal gucken! Ah, jetzt habe ich wieder das Fenster geschlossen! Das ist natürlich etwas kacke! Ne, Moment! Die habe ich ja schon! Na, ich kaufe mir dann das hier! Und das hier! So! Jetzt hauen wir hier mal ab! Ey, du nimmst es jetzt! So! Keinen Bock da zu verrecken! Ich habe drei Items zum weiterentwickeln! Das ist natürlich auch klasse! Ich könnte ihn jetzt zu einem Etemon digitieren lassen! Aber, ne! Kein Bock auf Affentheater! So! Wie viele Flies habe ich jetzt eigentlich dabei? Acht Stück! Na, ich glaube dann gehe ich noch ein bisschen angeln! Komm, gegen den kannst du ja wohl definitiv gewinnen! Wenn der sich ein bisschen anstrengt! Wenn der jetzt auch noch gegen den verliert, das wäre dann eine richtig fette Schande gewesen jetzt! Hm, das wäre ja mal ritschig fette Schande! Pff, meinetwegen kann der ja in die Hosen machen hier! Mir doch, Wayne! So, mal schauen! Ne, das ist es auch nur immer nicht! Hä? Was wollen die denn denn? Ich muss auf jeden Fall einen von denen fangen! So viel ist sicher aber! Was wollen die nochmal? Schöne Pyramide hier! Na ja! Oh, egal! Hier ist keiner! Ja! Ja, komm, gegen die kämpfe ich jetzt mal! Ja! Ey, die vergiften sich ja gegenseitig! Ja! Ja, das ist ja auch schon! Ja! 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 Der steht da und verkauft seinen Zweig! Äh, ich denke nicht, dass ich da aus dem Digimon noch viel rauskriege! Ich schlage vor, ich mache den dann einfach wieder überintelligent, bis er dann irgendwann zugrunde geht. Auch wenn er jetzt so gesehen verhungert. Haufen kann ja so viele sitzen, wie er will. Wenn ich einen Lumemon kriege, habe ich kein Problem damit. Boah, man sieht sogar, dass sein Haufen kleiner ist, als der von, äh, von, ja. Ach, Moment, ich denke gerade dran. Ich habe die Digimon-Karte, also die Trainingskarte vergessen. Ist ja übelst. Ich stehe hier. Wo ist sie? Aber jetzt muss ich nochmal schauen, wie ich da ins Käferland komme. Was für ein Item ich brauche für die Angel. Also Filet ist es nicht, vielleicht Tüft-Stay. Aber egal. Na gut, ich würde sagen, ich beende den Part. Und wir sehen uns dann im Anschluss. Ciao. Wo? Ja.